Guten Abend. Mein Name ist Diana, ich nenne sie auf dich, so Diana, wenn sie heute nicht sein. So, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe immer mein Zeugnis mitgeteilt und ich will nicht die ganze Zeit, die immer gehen. Aber es wird nicht für dich, wo du aufhörst, was ich für dich nicht tun. Ich will von dem im Westen-Port von meinem Zeugnis reden. Ich will nicht aufhören, was ich in den Westen abgebrochen habe. Ich habe von meinem Zeugnis, von meiner Anstellung ich habe, und wo ich von dem sein soll. Ich stehe hier nur wegen Gott, wegen Jesus Christus, wegen seiner Gehör, wegen seiner Leufe. Ich stehe hier nicht für mich. Ich werde hier von dem nicht sein. Ich werde ein Stück von dem und ein Stück von dem Hall. Ich werde hier von dem nicht sein, weil ich nicht verdorben werde. Ich werde hier von Johannes 1 verschen. Ich werde hier wieder ein paar Verschen lesen. Philippus von Nathanael in Sete an. Das heißt, wo er Jesus seine Gänge toproten hat und sich gefangen tot und bohren, wer er ist. Und er sagt, Philippus von Nathanael in Sete an. Wir haben den gefangen, von dem Moses im Gesatz und auf die Propheten geschrieben haben. Jesus von Nazareth. Josef sind sehen. Und Nathanael seht er an. Komm von Nazareth, wo Gowde kommen. Philippus seht er an. Komm und check. Als Jesus Nathanael kommen sagt, seht er an. wirklich ein Israelit, in dem nichts folgt ist. Nathanael seht er an. Wo kannst du mich? Jesus seht er an. Euer Philippus, die raubt. Als du unter dem Fienbaum wirst, sag ich dir. Nathanael seht er an. Herr, du bist die Sehne von Gott. Du bist König von Israel. So Nathanael, die kenntesten Menschen. Ich wollte heute von ihnen. Und Philippus sagt, komm und check. Nathanael fragt sich, kann von Nazareth wo Gowde kommen? Wenn du bist beschlachtet, von du, I guess. Und er fragt sich, kann du verhoffst, wo Gowde von du, komm? Dann sagt Philippus, komm und check. Und das würde ich von ihnen wollen sagen. Wenn ich mich von ihnen sagen würde, wenn ich mich dann sagen würde, und die Worte von mir soll geben. Und ihnen wird von ihnen irgendwie beschehen, das wäre von ihnen erst. Ich kann beschehen, die würden mit Matten schicken kommen. Das ist alles, was ich sagen kann. Und ich verglied mich nicht mit Jesus. Ich habe Jesus an mir. Ich drehte von Jesus, aber ich habe mehr ein Gelegenheit von dem. Ich war immer mit dem Mindset, dass wir erstens nicht ein gewünschter Kind wie ein Ups Kind sein soll. Meine Eltern wollen mich nicht. Die haben mich nicht geplant. Aber wenn es eigentlich kommen wird, ich weiß, dass einige Menschen sie nicht rauskommen. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Sie wissen nicht. Sie haben mich gehalten. Gott sei Dank. Aber, ich weiß einmal, wie uns, wenn von der Bibel geredet wurde, von mir wurde gesagt, so ein Kind ist, ich bin nicht ein Mensch, ich bin nicht ein Mensch, ich bin nicht ein Mensch, und ich bin ein rebellischer Kind. Die Bibel sieht, so ein Kind wird irgendwann einmal mit Schwebel und Vieh verbrennt werden. Das wäre keine Hoffnung für mich. All das Gäude wird die Bibel sagen, das wäre für andere Menschen. Das wäre nicht für mich. Ich bin ein schändlicher Kind, ich bin ein schändlicher Kind. Wenn ich dann will wissen, wo die Bibel sind, da könnte man es auch zu finden. Aber bei uns, wie wir nicht die Bibel lesen, bei uns, wie wir nicht die Zeit haben, und Gott sind die Worte entscheiden, das wäre die Opposite. Was mit dem Mindset ab? Wenn du mit dem Mindset abholst, was das Leben ist, wovon ist das Leben? Du weißt, dass du einen Weg in die Halle gehen. Aber Gott hat uns gemerkt, dass du nicht siehst, dass du nicht siehst, dass du nicht siehst, dass du nicht siehst. Wir siehst alle auf, wie Christus haben, aber nicht. Die Menschen in dieser Welt, sie siehst nichts. Wir siehst nicht alle auf, weil sie siehst. Da würde ich die Wahrheit sagen, die haben sie gefreut. Wir haben sie gefreut, dass du siehst. Aber ich weiß auch mit der Verlangen nicht siehst. Aber ich kriege keine nicht siehst. Ich weiß nicht, dass sie auf Englisch sagen, dass sie ein Target. Es ist ein Ziel, wo die Hand schreiten. Ich weiß nicht, dass sie ein Ziel ist, dass sie das Target für unsere Menschen, für meine Eltern, für die Menschen, für mich. Ich verstehe mich. Ich habe das Zeugnis gemacht, dass ich nicht Menschen tun kann. Das ist mein Zeugnis, wo ich ab war, wo ich behandelt wurde, und wo Gott mich verändert hat. Und ich bete, in vielen von der Hanukkah, aber ich bete, dass jeder einer, wo es gut gewusst ist, von dort, dass er gerade das auch kann lehren. Das ist ein Jesus, wo ich auch kann lehren. So, aber ich bete, das ist unser Target. Wenn jemand sich euren muss, ich lege das in mein Haus, ich habe keine Geschwister, ich war so allein ab. Meine Eltern, die drungen, Tage nach, so habe ich ein Mess schon mal klar. Aber wenn irgendetwas erreicht, ich werde einmal der erste Target sein, das erste Ziel, das die Han wiesen wird. Kann ich nicht, dass ich etwas aktiviere, dass ich etwas aktiviere, dass ich etwas angewiesen oder nicht. Wir sagen, wo wir noch einmal ein weiterer Punkt haben, das nicht mehr Pointen. Und so, ich sehe einmal, wo dann, ich war zuerst, wenn ich gesagt habe, was ich gerade war, ich fühlte mich dort, weil ich nicht. Ich bin im Stich und mir fehlt mal ab. Dann habe ich mich gefragt, okay, warum geht das mal in China? Ich habe immer die Prüfung nicht mehr. Gott sei Dank, wir wollen immer gehen. Aber ich werde immer fahren, weil mir fehlt ab. Warum geht das in China? Aber ich nahm das doch etwas hin, weil ich sage, wir Menschen, ihr Tid verdrehen. So, Menschen, die nicht frei haben, die machen, sie haben, und die bieten können, und die sich zufrieden stellen. Und so, in der Schule wird es immer so, ich kann sagen, ich habe eine kleine Freundin, ich habe eine sehr gute Note, ich habe eine sehr schöne in der Schule, aber ich habe es nicht wirklich, wenn ich die Freunde habe, wenn ich die neue Kaffee habe, und ihr in ihren Kopf gekriegt, und ich habe immer hier, meine Ehrung gesagt, wirklich. Ich war immer dort, wie immer dort, Und so war es, so ging ich dann, mit meinen Jungen, und ich habe natürlich, die Sachen nicht laufen. Und ich will nicht sein, ich habe immer so einen Schmuck geworfen. Nein, absolut nicht. Ich habe eine Rebellion geworfen, ich habe einen Angehörsen geworfen. Aber ich würde auch immer, wenn ich nicht, wenn ich nicht einen Wach kriege mit mir, dann könnte ich weitergehen. So, ich habe durch viele heartbreaks, viele, ich habe meinen Hör einfach so weit, aber wenn ich nicht einen Wach kriege, wenn ich nicht alles kriege, was ich will von mir, dann könnte ich weitergehen. so, ich bin durch meine Ups und Downs, in Dürze, auch. und ich habe mich in Dürze, und ich habe mich in Dürze, und ich habe einen Bösenmon gekriegt, was ich nicht mehr mit mir ausbilden könnte. Und was ich wollte sagen, ist, dass Menschen in mir, in der Zeit, dass es funktioniert und ich mit mir. In der Juni, wo ich es funktioniert, ist es, dass es ein Strüns ist. Und Menschen, die mein Leben anwesst, was die Wissen versorgt, wie es ist, und so weiter kann ich nicht mit Menschen sagen, was ich viel in meinem Leben getan habe, und ich habe es auch, dass ich mich nicht verletze. sein. Aber du wirst immer, und mein Neues kippt, you know, dem Führer, was ich auf dem Mond habe, wird es sich auch umgehen. Because it happens a lot. Das passiert so ja viel. Sadly. Aber ich kann, was ich nicht auf dem Mond gekriege, ich kann mich nicht auf dem Mond gefreiten, ich kann auf dem Mond, they have never addictions geholt. Und ich sehe immer, dass wir allmählich für mich, dass ich mich befrieden kann, wenn sie schleichen, so fühlt sich wie, aber Junges muss der Reich da auf dem Hof kommen. As weird as that is, ich kann von der anderen Dach noch einmal nicht verstehen, wie das alle Töge und es bis supernaturally gott ihr was, was das auf dem Mond geführt. Aber das Jöfchön Mensch, wo der Reich und Götchen Joch sein, wo der Evers welkom sein bei uns. Und ich dachte mir so, so ein Mensch Jöfchön nicht. Und von der anderen sagen, hier, ich habe den Mond gekriegen. Ich sage, da haben wir dafür. Und was ich will sagen, es wird mir so viel gesprungen, ich würde mir direkt zum Mond frieren, ich würde direkt sein Leben haben, als ich bin abgewachsen. Das wird von mir mal direkt dort geben, was ich von meinem Leben getan habe. Das ist bloß allein für Jesus, dass ich nicht sein Leben geholt habe. Ich habe das erste drei Jahre, wir haben sehr schwer. Als wir dating haben, wir haben eine sehr schöne Zeit. Als wir uns befrieren haben, dann gehen wir in ein sehr schweres Glaubenleben. Und da haben wir sehr schlaggegangen. Wir sind schrecklich schwere Tiden durchgegangen. da haben wir alle zu tun, dass ich weiß, die Dinge, die ich von klein und mit habe, die Dinge, die ich immer geholfen habe, wo es mit mir ist, wo es mit mir geben wird, und ich fühle ab, ich bin immer am Stich. Und ich habe uns befried, mit ihrem en Proof ab, zu riem, selbst, und da kam immer was man, und ich kann sagen, woran, von dem kann ich das sagen. Aber dann wüsste ich nicht, wir mögen das nicht sein, wie das Leben hat schon sein. Aber das fand ich den hier, ich wüsste von Jesus, ich wüsste von den Bibel, ich wüsste von Gott, ich höre eine Götter-Show, das ist ein Ding in meinem Leben, wo ich nicht weit wurde, wo es nachher oder ich kann auch was gehört, aber ich Jesus. So ich wüsste von Jesus und ich höre von den und wir früher ich höre von den Sender, wie wir waren und uns befrieden und so wieder. Ich höre hundere mal alle gebeten wie ich sage, dass ich mich bekehren oder ich dachte, ich habe mich bekehren. Ich dachte, ich kann das in Jesus. Ich lebe so gut, dass ich mich bemüßt wo ich leben muss. Ich trage mich so an. Ich war in Kanada geboren, ich was atmet haben back sind, das war normal. Wir waren gleich und die waren mir auch strönt miteinander begannen, weil ich die Einste würde sich antreten und so wieder. Aber ich trage mich so an, dass ich sage, dass ich antreten und sage, dass ich gehen, das ist doch gleich. Ich weiß, dass ich mein schön Mensch nicht verdammt. Aber ich all dort habe, ich in seinem Leben, ich höre, ich höre, die sind, dass ich dein Leben verändern, aber ich höre noch ein anderes in meinem Leben, nicht wieder aus, von Bütensache hat meinen Schmack getroffen, von Bern, wie ich verustere, verbreite, zu dort oder zu waren können, wie du bist. Und wenn wir werden, dann würde ich immer alles lange lassen, von Klin und ich immer gehört habe, das würde ich immer alle hören. Und wir wollen wollen nicht hören, dass wir nicht sehen, sein Ziel. Aber du darfst ein bisschen etwas sein, du darfst nicht mal , dass wir ans anderen nicht hören wird, ob ich mit mir immer fütt so weit was mit zu denken, weil ich habe nichts können, wo ich noch sein kann. Und das heute war ich alle zu ablosen, zu haben. Ich habe mich über ihr mein Leben zu nehmen und alles hat nicht geschauft. so ich habe geplant ich mit hängen, ich habe mich besagt, ich habe mich abhängt, und mein Mann war der an den dag. Und ich weiß auch noch, du war nicht vergeten, du war ich den tun war und war ich schritte den dag. Und wie von man to bin, die seht Gott war noch die jaff dann was steht die von ihr so bewiesen aus was die im Wut sage. Bekürt habe ich uns hundertmal wo das noch eine Lebensveränderung passiert. Das ist noch kein Leben geboren worden. Das ist noch kein Sein im Leben gekommen. Ich würde leber tot sein als noch Proben in Christ zu sein. Ich würde leber bis verhoffs nicht do sein. Und so wir beten und wir sagen Gott wenn die jeff dann wie ist die von del und in ein paar Stunden dass hier in der Wilderwüste leben. Und heute will ich in Großhappers, aber hier reut wir in starkem Jäß, wie in anderen Gerüten. Und ich sage, aber das wird gerade mal anzudauen. Wie will ich, und ich gehe in Großhappers, wie heute noch wieder. Aber wir trauen durch an. Und wir werden ein paar Weg durch. Wir werden noch besser mit. Ich dachte auch, ich wundere, was nicht passiert wird, weil wir nun von all dort waren. Wir haben heute mal ein Tid für uns, in der Funk und Schreiner zu gehen. Ich dachte auch so, nicht wie das Leben passiert. Aber doch, wenn wir in der Klinik etwas schwer werden, dann ging das immer weiter zu reden. Aber einen Tag, ich habe immer ein Lied, und wir werden mal, die Reden von Jesus, die Reden von der Bibel und so weiter. Aber die Reden, eben eine ganz andere Weg. Kriktisch, als Jesus die Versammlung und Reden, die Bibel sagt, dass heute Reden aus einer mit Kraft durchhängen. Nächster ist der Schriftgelehrer im Pharisäer. Da wird die Menschen alle gewarnt. Und die sagen, dass das Mensch, der redet mit, dass er eine Kraft durchhängen hat, eine Authority hat. Der hat Macht mit, was er sagt. Und das, was mir geht, wenn ich drei denken, das ist die Lieder. Die reden von so, wo eine Kraft durchhängen wird. Und ich sehe, dass das ist. Wenn das ist, wer Jesus ist, wenn das wirklich, der Jesus ist, was die Bibel sagt, wenn der von denen auch wirklich ist, dann wähle ich den. Und wir machen uns auf. Und ich will ihn sein, ich lieb, den Jesus kann. Und das wähle ich nicht, weil ich kein Mensch seine Testimony tun möchte. Und das versteht mir auch. Ich will einfach von denen uns mit abschädeln. Wer auch klar hat, das hat Jesus hat. Praise the Lord. Praise the Lord. Aber ich wollte, dass es viele, viele, viele Menschen, die vor allem, alle sind noch nur in der Kirche, die haben nur für Jahre und Jahre in der Kirche gesehen, und die sehen noch einmal nur, wort, was er entfallen wird. Die sehen noch einmal nur, dort leben soll, und die sehen noch mehr. Die haben sich auch hundertmal bekehrt, und die haben so und so viel Jahre in der Kirche da in der Kirche. Viele Menschen sind auch alt geworden, dort, und die sehen noch einmal nur, wort, was er entfallen wird. Und ich will einfach sagen, in Jesus, was ich kann lernen, dort, wie nicht der Jesus, was meine Familie mich von lernen, dort, was Schäuze mich von lernen, dort, was ich habe mir gelesen, dort, 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 wo wir bloß von Bütenschmack gelten, wo von Bän, wie ich noch, kriege so Woi, in der Kirche, als ich abgeworfen werde. Den Jesus, wo ich den Tag tieren lernen, dort. Ich habe mich in Not gemerkt, wenn ich aufgekommen, dort, ich kriege, das ist auch so viel. Ich will hier nicht tun von dem, und das wird eine Uppensetzung, wo ich mich testieren soll. Und ich sehe, dass ich aufhört, mein Testimonial ist auf YouTube, ich aufhört, und ich testiere. Ich glaube, ich habe nie ein Ding, ich habe mir gelesen, die Zeit, die Zeit, die Zeit, was für dort, das noch kommt, dort, das ist auch so, wahrer, trägung, und ich soll, das sein. Und wenn ich oft klicke, ich kann mich nicht mehr, because it was just too much, dass wir so viel haben, dass ich das können, denken. Denn Jesus, was ich dann tieren lernen, dort wird der Jesus, wo du, aus mir gemerkt wird, aus der Welt gemerkt wird, aus der Welt in Existence gesprochen wird. Da wird der Jesus, wo er im Vier steht, wo der drei Mann am Vier nicht geschickt wurde, mit einem seiner Feiermann, wenn er rückkommt, der nichts nicht verbrennt. Da wird der Jesus, was in den Gruben wie aus Daniel in manchen Leibs geklittert wird, der Silde abgefriertet worden, in den Leibs wird der Friede gehören. den Jesus direkt an zu tun. Ich lebe den Jesus zu tun, was aus Mensch, was rauf zu ihm aus einem Mensch, er wird ganz verstanden, aber er rauf aus dem Mensch, dass er mich verstehen kann, mich und die verstehen kann. Können wir das begripen? Gott stelle sich in eine andere Show nennen. Den Jesus lehrt den uren tagen. wird der rauf zu ihm und sich in meine Show stelle wird rauf zu ihm meinen gebrauchen zu füllen, meinen gebrauchen zu drehen. Wird rauf zu ihm die gebrauchen hollend wird rauf zu ihm die krank hollend wird rauf zu ihm die wird ich bang werden, das ist ich bang werden in meine ganze Vergangenheit, das ist ich bang werden in mein Denken, will wo mit mir wäre und rauf zu ihm die gebongene Menschen Friede sagen. Und ich bist dort aber hier oft in die Ursache zum Leben. Ich fange den oben fange euch an, dass du erst noch in die Ursache zum Leben. Denn da was Gott die in mir merken dort, er möchte uns haben, heute will die Mannschaft haben an. uns. Er stahl Adam in Eifer über ganze Welt, über all die Tieren, er stahl die ohne die Welt. Das wird mir gar uns. Der Kraft und Macht hat, wie heute das wird sein. Den Jesus wird den oben schauen. Gott lebt den Jesus kann, wo zehn leben haben geäuft haben, dort er hat, wo er hat sollt hängen, nicht dürft du hängen. Und dort können du durch das heute am Krieg gehangen wird, können er nicht wie andere rechte haben gesagt wird. Se ich seh nicht mehr dort sind was du sollst sein was was abgebast wird, was du so sein was mein fuhrer wird, was so ein Leben haben und so Dinge abtreten als ich abgetraut wird. Ich seh nicht dort boven, mein Geist seh nicht dort boven, die Jesus ihn erreicht zu seht. eigentlich den Jesus kann wo die Bibel von reden lebt, dass er alle Macht und gewollt vom Diebel und mögt das als ein ab sein. Auf Englisch seh ich him as a fool. Denn der Grote Schiet steht, den Jesus was den Diebel alle Macht den dood in halb alle Macht genommen hat den Jesus lehrt den oben Can. In die Zeit wenn wir dessen Jesus vor an Can lehren wir wollen kümel kümel meia des all mensch sein wo wir wieren. Du lud küm gehen ans wo du will du wot nisch ans tränen do bring wo wir was sen die hau lud up gemerkt wo in jen ans küm do bo ans nicht tre tränen do wo wir wie wir lehren wir dessen jesus kümel lehren und ich will nicht sein nicht der einzige hat dessen jesus kümel gelehrt aber ich wollte sein so fehle für die online watch man hier bann irgendwer ist ich wollte du sein menschen die haben dessen jesus noch nicht kümel gelehrt die hand den jesus kümel wurde mal half ton tít diese dinge je tun aber nü hab ich bloß ein bild von dort und wir können uns bloß wünschen wenn ich von der nach servier wenn wir das jesus hand gelehrt dann wo wir nicht immer wahrer in immer wahrer in immer wahrer voll in und einten selbst ihr loch ans ram drehen in ram spin in teuper ans spin dann wo wir die dinge mit wo wir strugglen und wie freedom und wie frie het chrieren die bibel sag gotts im word sag wem die sehn frie merkt they is wirklich frie wo wir dann frie waren dann so wie frie von dort dann wo wir nicht versteht mi reich ich jem frie war jem beden und all dort aber wann wir dessen jesus wörtlich belebt haben dann hab ich nicht bloß in das einten seltsgelach ins ram drehen wir sollen dort nur nicht nur nicht aus jesus persönlich hab ihr wir die menschen wo antrafen die menschen wo die freie werden die jeng nicht drehen dort leben dann jesus bedwung den noch gut und sei dort to kohlen die können nicht mal schnell sein die jeng und die verbreiten dort so wie Jesus nicht mehr können frie öffentlich to go because die wollen am ola die würden in hand i don't know probably off gewaucht und die stünden aber nur die would gehen am wiren wo die angst hohen sie würden eher um verbeißen sie würden ihr um verlieren but diese menschen wot jesus wehrlich beleven deuden they wehr never smile at all i'm pretty sure de han schäume maja de krankheit gehove wo de oya choden i'm pretty sure de sa never maja in da bahn de schnag wo de oya bahn behen han de köhne tröbel maja gehove nee dat es nicht vore moin because de moment wo ans ola eck do get ans ola eck stop det and a ni eck gebo det van bi des jesus chan liren dan stop vi en krächne vele menschen würden so leren ok wam is christen ans de kump eva no ramm fang de kump on because fahr dem haf de devil ans he is pretty he is all okay de is ganz okay w so l bekehet sen o solange hans kon him struggle in ho dat de beuse fiend ook gaud ob wane de beuse fiend dat is chwoyt dat vi han dis jesus wiklig beleft dan wait dat dan is he jvor because dat word nicht ab en sted stund blieven dat word verspreuden en dat verspreud busig dat je so en os jesus is jesus im him jesus drøy mol in dem jahr dan do kost du niet mal verlieren dat je best met jesus to was see de luch nog ob du wiet dan to hir to sein to feurn dat we met jesus to was du wiet keun an wach ram en dat vorm ak hir vene stu there is no way back that ak hir vene stu do as blouse wene ak dessen jesus tan geliet en ak wen stod wie or widen dessen jesus tan leren wan wie wörtlich dessen jesus tan geliet han en chervie nicht dag for dag werk for werk sind dag for sind dag monat for monat joh for joh ene wach wo to kum in de sel die wach for lo dan chervie nicht de gos en de lengu can in stod for and chino man chino not sign because we sign that they would jesus to king they would jesus wört beleeft on the king ruit even they are short and hot krow can we not be grie chino 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 wer wird dich schon wie Christus an Peutus, wie nicht Peutus, wie Christus an Peutus. Das ist nicht länger, der Akt, der du lebt, das ist Christus an mir. Und ich will das sein, wo kann ich wollen, wie das Jesus getan hat. Hast du noch, was du das Gebet gesagt hast? Ich will das Gebet nicht mehr. Wenn du das erlebt hast, wirst du das Gebet sein. Wenn du das in Jesus belebt hast, schon gelebt hast, angenommen hast und an den Leben ist, dann praise the Lord. Ich will das nicht tunisch mehr. Aber viele Menschen glauben, bis man dort, dann riecht der Tony Haag dort. Und über die Leben kratzerlehrig aus einem Mal. Ich habe noch eine schöne Veränderung. Die Bibel spricht viel, viel von Frucht. Und die Frucht, wo wir den Böhm schauen. Was von Frucht bringt uns Leben? Und dort, wie wir das in Jesus wirklich begegnet haben, wie wir das in Jesus wirklich gern gelebt haben. Sie, das Wort von Jesus will man sein, geliebt, aber nicht geliebt, aber ich höre, wie kann Gott, nee, warum mag ich das recht sein? Wir lernen von Gott, wir lernen von Jesus, aber wie kann Jesus nicht? Wir haben Jesus ungenommen, wir haben Jesus noch ein paar Jahre gelebt, so er vielmals. Und wenn wir den nicht tan leeren tun, dann wollen wir die Frucht ans Leben sein. wenn wir das in Jesus schon getan haben, dann haben wir so kräg so lüten, was ich abgeworfen sehe, wo Menschen sehen, wo ich sehen würde, was ich sehen würde. Gott ist ein Gott von Utenbohrungen. Und Gott ist nicht ein Gott von Cycles, von Eint Salzgeroth, von Zerstäumen. Und Gott ist nicht ein Gott von der Zwölf oder Hahn, der Zwölf oder Hämmer oder Hahn. Und Gott ist nicht ein Gott von Religion, der Zwölf die Matze. Gott ist ein Gott von Utenbohrungen. Und wo ist eine Utenbohrung? Dort ist es like, das hat never gewusst, nicht? Dort tät wo den uns. Dort ist wer Gott ist. Uns Leben soll er werden, dort sind so langweilig und so arrach, dass die Menschen wird sich ans beobachten, wenn die Welt nicht mehr Christen sind. Wenn wir sein, wir sind Followers, wir sind nur Folie von Jesus, aber ans Leben sind direkt so larig und meaningless aus der Welt entfernt. Und wo sein, merkt dort so eine Menschen Hängerung und wie lange so eine Menschen hängerung und du willst schon leben sein? Might as well, dann läuft bloß nicht in Christ sein und dann wo du weißt oder wird leichter es aus nach Proven in Christ zu sein. Wenn wir wissen, Jesus ist angelebt, dann ist dort nicht länger ich, der lebt. Aber Jesus in mich ruht mich rein, bin und soll ich nicht mehr zu schlug sein, wenn ich war gut. Die Menschen waren was und war in mich sein. Die Menschen wurden gehen mich kommen, wenn ich soll, wenn ich bin. von Jesus reden, wenn ich so etwas nicht bin, wenn ich so etwas nicht bin, wenn ich so etwas verfolgt bin, dann soll ich mich nicht mehr erschütter sein, weil es dort sind Tegen, das mein Leben bringt Frucht. Das ist Frucht. Und dann soll ich so sein, dass ich Jesus tobt, was. Und nicht mit dem tobt, sondern mit dem tobt, was ich will mit dem leben. Jeder Urm von meinem Leben. Haben wir Gott oder uns gefiguriert? Weiß wir, was Gott hat? Weiß wir, was Jesus hat? Oder weiß wir, was der Himmel hat? Was Himmel ist? Was alles du hast für uns? Das ist ein Verhandel. Warum nicht? Wenn wir das in Jesus haben, können wir, dass Jesus sein Wort ist und sein Wort zu oben bohren. Mir ist meine Gemeinschaft mit Jesus so wichtig, und dass es mir gerade so gerade so viel wird aus meiner Gemeinschaft mit meinem Mund, dass es sich mit euch geht. Die Dinge, die ich in meinem Mund beleben, die hat nicht für alle Menschen. Die hat nicht für alle Menschen. Die Dinge, die ich in meinem Geheimen beleben, die hat nicht für alle Menschen. Aber das ist Jesus, der ist für alle Menschen und der will diese Gemeinschaft mit jedem ein von uns haben. Die Bibel verglägt uns mit seiner Brüte. Wenn wir seine Brüte und den Brüten sind, und wir befrieren uns, dann wollen wir uns. Und dann haben wir nicht mehr alles zum Überflüten. Dann haben wir Obenbohrungen zwischen uns. Und dort ist, wer Gott ist. Und wenn wir mit diesem Jesus töten, wenn wir uns Obenbohrungen haben, dann kann dort nicht auf eine Wege durch uns leben, ein Zolle ist. Dann kann dort nicht auf eine Wege durch uns leben, langweilig ist. Dann kann dort nicht auf eine Wege durch eine Zeit oder andere Zeit oder andere Zeit mit einem Ding kämpfen, mit dem anderen Ding in der eigenen Zoll die immer war. Und noch ein Ding würde ich sagen, ich sage, dass noch nicht das Jesus von dem Menschen früh möchte, dass er sieht, nicht gut trägt die ohne Schoen. Aber nicht gut in der Hand die ohne Schoen. Aber nicht gut in dem was immer. Die machen so Lüten. Nein. Der eine sieht, der sieht schnell, der andere sieht, der gut wüsst, den Priester, die Schriftgelehrer, den Pharisäer, und was auch immer. Erklingt das. Los. Aus euch dessen Jesus hat schon gelehrt. Ich sehne treu mehr der selge Person gewaß. Ich habe kämpfen geholt. Yes. Aber von dem Dach an, ich schaue mal wieder zu, wenn wir in Krieg war, der starkste Mann ging in die Festerie. Die kämpfte in die Festerie. Und von dem Dach an, wo ich Jesus lüten, da ging in die Festerie. In meine Kampfe, wo ich da ich in die Festerie. Und ich schaue, wenn der Kampf da ist, wo ich hänge an, wo ich stark victorious, what's a word for victorious? Aus dem Gewinner. Ich war stark aus dem Gewinner, in Weser aus ever euer rütt kum. Because der Kampf ist zwischen Himmel und Hall, wenn meine soll. Wenn deine soll. Den Dach wird wie das Jesus kann lernen und was die Beise fiend sei auch will. Du fang der Kampf an. Kampf ist das Welt ? Nee. wir leben in dieser Welt und wir kämpfen nicht mehr als diese Welt ist das seht Jesus kampf in der Verste die für uns. So nu wagt das sein. Wie ist die die Welt nicht gewarnt in der früh reden das? Wie sind nicht gewarnt in der Früh mit Wild word? Gott, die früh wot du in die Hörerie gefangen wart, die brauchen sie Jesus und nie wollen sie sein was Jesus mit they tun because it said you must gestein not to be and act we do person act we do verloren is that man who had to gestein not to had to to be 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 to be what said Jesus they would it unsinn we should the first stone smitten and then say Jesus who are you have you no and say the first no and say Jesus and do it not good and sin not me I believe you do what want to have to sin I believe not I believe they have Jesus been what are from the road what said I don the not I do your not not I don I will I stop off from the hall go I heard me not me but that would not tell me I will verloren and I live from them and I wait from them when Jesus chempt I can down I would he say I bang me in him that is what you want you was then where we know that Christ the army left I bang me him I can down week I want I to go down that I live and a family I build my him my heart I can go off and come to the thing that I have and I think that I have seen yes that we can hear him and yes so what I want to say is we Ich habe nicht nur Jesus und wünsche mich dort wie eine Hammer dabei. Ich habe ihn kennengelernt, der es, der Saal, von dem, was er getan wird, und er wird für immer sein. Und ich wünsche, wir haben alle, dessen Jesus wirklich kennengelernt. Und nicht nur kennengelernt, sondern wir leben von dem Tag für Tag mit dem Tod. Und wenn wir dann, der wird zu sein sein, wir werden übertragen. Wir können das nicht mal verliehen, das danach zu sein. Und wir werden das nicht verliehen, wenn wir den Herrn Chan gelehrt. So, das wäre ich sehen von dem. Ich habe eine Familie, wir haben Feierkinder, ich bin befriedet, ich habe sie gesehen, meine Auswahl wird, wie. Aber von dem sagen, das wird. Und jeder eine, was hier beinnt ist. Du bist dort, wie es. Und Jesus hat das Kreuzhung, die doch krank an dich. Die doch an dich, an dich, an dich, an dich, an dich, wo du online kicken lässt. Die doch an dich. Die doch dort für dich. Die doch nicht bis an dich, aber die doch dort für dich. You know, wir haben so, wie in Langewech, in, wie wir reden von der Galgata, wo Jesus gekriezt ist, wird, du hört, wie alle sollt, für lange, je kriezig werden. Du hört, wie alle sollt hängen. Aber Gott sei es, kein Ruf, und nicht an sich steht, dass du bloß ein Kriegst darfst tun. Und wir können alle frei gehen. Und sie echt dankbar, dass du, wie ich gerade steuern, nicht mal können Jesus in die Grafbein holen. Dass die Ehe schärft. Nicht mal die Ehe konntet sich, wenn Jesus nicht mehr in der Seele ist. Die schärft, wenn Jesus kommt. Die schärft, wenn Jesus nicht mehr in der Seele ist. Die Jünger, die werden im Gefängnis ganz vorgekehrt, und wenn Gott ist lieb, und die lieb, und die lieb, die sind Jesus, was sie heute angelegt haben, das manifest, das beweist sich, das schärft sich, und rennt alles kärbel los. Wenn uns leben von denen keine Macht, keine Kraft, keine Sichtbein hat, dann will ich die Mutter sprechen, dann freu, dass du diesen Jesus hast angelegt. Und wenn du nicht hast, dann will ich die Mutter sprechen, dass du wirst, Jesus zu lernen lernen. Dass du wirst, die losmärten, von was immer du gehiert hast, wo du noch nicht auf Leben gebrauchst, wenn du, den Jesus zu lernen liest, wo die Bibel von reden wird, wo wir in der Bibel lesen, dann wäre er es. dann wird sich dort im Leben bewiesen. Dann wird er ihr zerstören. Dann wird der aller Mensch aufstorben. Und dann wird er frei im Leben sein. Und dann wird er ein Sand im Leben sein. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesus.